Friede sei mit dir, ich bin Daniel, ich habe mich entschieden, nicht als Ingenieur zu arbeiten, ich bin Landwirt, ich habe Obstbäume, insbesondere Bananenstauden, angebaut, weil die Welt in düstere Zeiten, Krieg und Inflation gerät. Das Buch der Offenbarung sagt auch eine Zeit voraus, in der diejenigen, die Gott treu bleiben wollen, nicht mehr kaufen und verkaufen können. Das digitale Geld kommt und es wird wirklich ganz einfach sein, diese Einschränkungen sehr einfach umzusetzen. Im letzten Video sprach ich über die Änderungen, die das Papsttum am Gesetz Gottes vorgenommen hat. Ich glaube, dass es viele Katholiken gibt, die Gott lieben und im Himmel sein werden. Ich spreche hier vom katholischen System, der korrupten Führung des Papsttums. Erinnerst du, dass ich im letzten Video sagte, dass Satan ein Engel im Himmel war? In Offenbarung 12 sehen wir seine Vertreibung und wie er beginnt, Gläubige zu verfolgen, die mit Rom nicht einverstanden sind. Das Kapitel verwendet die Illustration eines Drachen, der eine reine Frau für einen Zeitraum von 1260 Tagen verfolgt. Der reinen Frau wurden zwei Flügel eines großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen konnte. Der Drache konnte die Gläubigen und ihre Überreste wirklich nicht zerstören. Und so entstand die Reformbewegung wirklich. Haben Sie schon von Martin Luther, Calvin, Zwingli, Knox und anderen Reformatoren gehört? Sie haben eine große Arbeit für den Herrn geleistet, die Länder von den Dunkelheiten vieler theologischer Irrtümer befreit haben, die Schatten auf den Charakter Gottes warfen. Aber im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte hörten seine Anhänger auf, sich auf das Wort Gottes zu stützen, wurden bequem und liebten die Welt mehr als das Himmelreich. Unter den Protestanten gab es hier und da einige Gläubige, die die Bibel ernst nahmen, zum Beispiel die Täufer, Puritaner, Hugenotten und andere. In Nordamerika studierten die sogenannten Milleriten das Buch Daniel eingehend und intensiv. Am Ende des Kapitels 12 der Offenbarung heißt, der Teufelkrieg gegen die Überreste seiner Nachkommenschaft führte, gegen diejenigen, die die Gebote Gottes halten, das Zeugnis von Jesus Christus haben. Diese Gruppe wurde später als Adventisten genannt, weil sie das erwartete Kommen von Jesus Christus erwarteten und auch darauf hofften. Sie lernten später auch über die universelle Gültigkeit des Sabbats, des siebten Tages, derselbe Tag, den die Juden bis heute halten. Und Jesus hat ihn nicht abgeschafft. Die siebenten Tags Adventisten hatten in ihrer Mitte eine Frau, die Visionen und übernatürliche Ereignisse hatte. Und eines seiner Bücher, das ich ihnen als E-Book hinterlassen werde, heißt, der große Konflikt zwischen Christus und Satan während des christlichen Zeitalters. Dieses unter göttlicher Inspiration geschriebene Buch erzählt die Geschichte des christlichen Zeitalters, beginnend mit der Zerstörung Jerusalems. Es wird enthüllt, wie der Abfall geschah, wodurch die katholische Kirche, das Mittelalter, das treue Volk in den Bergen Norditaliens, die protestantische Reformation und die wiederhergestellte Sabbatbotschaft entstanden. Es wird vor aktuellen Gefahren gewarnt, wie zum Beispiel dem Spiritismus. Und dann schreitet er in die Zukunft voran, mit Vorhersagen über die Verfolgung und die glorreiche Rückkehr von Jesus. Die Botschaft des ersten Engels, die wir im letzten Video gesehen haben, wurde von vielen Adventisten gepredigt, die den Sabbat in den 1840er Jahren wiederentdeckten. Die Botschaft lautet, Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, betet den an, der Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Dann sah Johannes den zweiten Engel, der sagte, Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, die allen Nationen vom Wein des Zorns ihrer Unzucht zu trinken gegeben hat. In der Bibel wird die Frau oft als Illustration für das Volk Gottes verwendet, das sich durch eine exklusive Beziehung zu seinem Herrn reinhält. Aber hier sehen wir eine Prostituierte, das heißt eine untreue Kirche. Sie bricht nicht nur das Gesetz, sondern beeinflusst auch alle Nationen, sich gegen Gott zu erheben. Selbst in protestantischen Ländern ist der Einfluss dieser Irrtümer spürbar, die reformierten Kirchen, die sich weigern, sich von Rom und seinen Lehren zu distanzieren, sind ebenfalls gefallen, gefallen aus der Gunst Gottes. Durch den Ökumenismus kehren diese gefallenen Kirchen zur Theologie des Mittelalters zurück, immer weiter weg von der ursprünglichen Lehre der Bibel, wobei die katholischen Dogmen alles färben, beeinflussen und prägen. Heute trinken alle Nationen aus derselben Quelle und werden von einer zentralen Macht gelenkt. Die Pandemie hat dies gezeigt. Sie haben die ähnliche Reaktion in jedem Land der Welt bemerkt. Es gibt eine Macht, die im Hintergrund regiert und die Vereinigten Staaten führen den Willen des Papsttums aus, das in Wirklichkeit nichts anderes als der Antichrist und der Thron Satans ist. Selbst China und Russland sind weiterhin durch das Weltwirtschaftsforum auf einer Wellenlänge. Offenbarung 17 zeigt uns unmissverständlich, dass es die Hure ist, die auf dem Tier sitzt. Das heißt, das Papsttum lenkt tatsächlich die Regierungen dieser Welt durch Entitäten wie die Jesuiten und die Freimaurerei. Satan ist der Fürst dieser Welt, also ist es wirklich kein Wunder, das im Hintergrund alles auf einen Punkt hinausläuft. Heute haben alle Regierungen der Länder immer mehr Freundschaft mit dem Papsttum, mit dem Vatikan, mit Babylon, jener großen geistlichen Stadt. Alle Länder trinken in größerem oder kleinerem Maße von ihrem Wein. Ab jetzt werde ich einige der Fehler Roms vorstellen, damit sie ein für alle Mal wissen, dass es gefallen ist, gefallen aus Gottes Gunst. Babylon, jene große geistliche Stadt, die allen Nationen den Wein ihrer falschen Lehren zu trinken gegeben hat, die Untreue gegenüber Gott ausdrücken und seinen Zorn auf sich ziehen. Über die Version der Bibel, die modernen Versionen des Neuen Testaments, die von den heutigen Bibelgesellschaften veröffentlicht werden, werden korrumpiert und verwässert. Suchen Sie eine Version in Ihrer Sprache, die den Textus Receptus treuer wiedergibt. Durch Ihre verfälschten Versionen wird der Wein der falschen Lehre an arglose Menschen auf der ganzen Welt verteilt. Eine kleine Probe, Sie können eine Pause einlegen und diese Verse vergleichen. Menschlichkeit von Jesus Christus Jesus Christus war hier auf der Erde göttlich, aber gleichzeitig völlig menschlich wie wir. Auch das Fleisch rief ihn zur Sünde. Es waren echte Versuchungen. Er widerstand und siegte. Der Antichrist Rom lehrt, dass Jesus nicht im vollen Sinne im Fleisch gekommen ist. Er hatte einen gewissen Vorteil gegenüber uns. Babylon lehrt, dass er über der Menschheit stand. Die Mutter Jesu selbst soll ohne den Makel der Sünde empfangen worden sein, was unbiblisch ist. Römer sagt, dass alle gesündigt haben, außer Jesus. Laut Rom hätte Jesus letztlich vorgetäuscht, Versuchungen zu haben, aber nein, er fühlte tatsächlich die Kraft der menschlichen Leidenschaft, Widerstand jedoch. Er hatte wirklich echte Versuchungen der Menschheit und auch einen wirklich großartigen Sieg über die Sünde. Zu wissen, dass Jesus dieselben Werkzeuge hatte wie wir, ermutigt uns, so zu siegen, wie Christus gesiegt hat. Er gibt uns die Kraft, mit dem Sündigen aufzuhören. Ist das nicht eine gute Nachricht? Christus rettet uns aus der Sklaverei der Sünde. Sünde bedeutet Gesetzesübertretung. Babylon lehrt, dass es natürlich ist zu sündigen. Wer bin ich, um zu urteilen? Laut der katholischen Kirche reicht es aus, zum Priester zu gehen und zu beichten. Aber wir können uns wirklich nicht einem sterblichen Menschen wie uns bekennen, sondern Gott. Und um Kraft bitten, damit wir nicht stolpern. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass wir mit einer Versuchung konfrontiert werden, die stärker ist, als wir ertragen können. Wenn wir stolpern, können wir sicher sein, dass uns vergeben wurde, auch wenn wir keine Emotionen spüren, die beweisen, dass Gott uns vergeben hat. Deshalb nennt man es Gerechtigkeit durch den Glauben. Wenn ich glaube, wird mir die Gerechtigkeit Christi zugerechnet und uns wird es als Geschenke geben, wie ein weißes Gewand, das uns umhüllt. Und vor dem Vater ist es, als hätten wir nie gesündigt. Martin Luther entdeckte diese biblische Botschaft wieder und sie war für ihn sehr wertvoll, da sie das Gegenteil von dem war, was er als Mönch in Babylon gelernt hatte. Unter den Adventisten benutzte Gott ab 1888 Jones und Wagner, um diese sehr bedeutenden und äußerst wichtigen Botschaft zu verkünden und so ein Volk für das Kommen Christi vorzubereiten, weil dies ihnen neuen Mut und neues Vertrauen in Christus geben würde. Aber die Führung der Adventistenkirche hat diese Botschaft und ihre Boten leider Gottes abgelehnt. Und obwohl er später ein intellektuelles Zugeständnis machte, ein intellektuelles Anerkenntnis, praktizierte er es nicht, bereute es nicht und gestand diese Rebellion nicht. Das Volk, das die Gebote Gottes hält, ist nicht im Licht gewandelt und die Wiederkunft Christi wurde nicht beschleunigt, sondern verzögert. Gesundheit Nach der Sintflut erlaubte Gott den Menschen, das Fleisch toter Tiere zu essen, da es noch keine Gemüse gab. Aber man musste das ganze Blut ablassen, wie es das Gesetz Gottes vorschreibt, was leider fast kein Christ heute tut. Sie essen das Fleisch mit dem Blut, was eine Sünde ist. Sie folgen nicht der biblischen Methode, vor der Sintflut aßen die Kinder Gottes kein Fleisch. Wir wollen dem idealen Plan für uns folgen, der im Genesis beschrieben ist. Deshalb ernähren wir uns von Gemüse. Kein Gramm Käse sollte in unseren Magen gelangen, weder schwarzer Tee, noch Kaffee, noch Kakao, noch Schokolade. Es sind Stimulantien, die uns verändert zurücklassen. Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die vom Schöpfer gewählte Ernährungsweise. Man sollte auch keine Viren oder andere Serien in den Körper injizieren. Babylon, Rom gibt allen Nationen von ihrem Wein. Wein repräsentiert ihre Lehren, ihre Doktrinen. Und da sie buchstäblich verdorbenen, verdorbenen alkoholischen Wein trinkt, ist die Illustration sehr treffend. Wir trinken nichts mit Alkohol. Unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Verunreinigen wir ihn nicht mit irgendetwas, das auf unseren Körper wie eine Droge wirkt. Jeder Athlet ist bereit, eine sehr strenge Diät und einen strengen Lebensstil zu führen, um eine Medaille zu gewinnen oder einen Rekord zu brechen, der früher oder später in Vergessenheit gerät. Auch die Astronauten haben eine sehr strenge Vorbereitung. Wie viel mehr sollten wir dann nicht wirklich und ganz Gewohnheiten aufgeben, die uns wirklich schaden, um die ewige himmlische Ehre zu erlangen? Und Kleidung? Der Mann sollte keine kurzen Hosen oder enge Kleidung tragen, um seine Muskeln zu zeigen. Die Frau sollte einen langen Rock tragen. Die Hose entstand mit dem Feminismus, um die Geschlechter gleichzustellen. Die Frau sollte sich so weit wie möglich vom Mann unterscheiden. Sie sollte auch keinen Ausschnitt, kein Make-up, keinen Schmuck, keine Ohrringe, Armbänder, Halsketten tragen. Es ist die Hure Babylon, die ihren Körper zur Schau stellen will. Gefallen Babylon. Musik. Wir hören keine Musik mit Schlagzeug oder Trommel. Wir eliminieren Disharmonien und Rhythmen, die unsere Psyche verändern, weil sie, ähnlich wie Nahrung, wie Drogen auf das Nervensystem wirken. Die Musik sollte ruhig, sanft, harmonisch und kann fröhlich sein, aber mit Ehrfurcht und nicht im sinnlichen oder weltlichen Stil. Viele christliche Kirchen haben leider sehr oft, meistens sehr aufgeregte Musik, die heidnischen Ursprungs ist. Aber denken Sie daran, Babylon bedeutet Babel, Babylon, es ist gefallen. Lasst uns daraus herauskommen. Was in biblischen Zeiten toleriert wurde, wie Polygamie und Sklaverei, sollte in einer Zeit mit mehr Licht aufgegeben werden. Obwohl die Bibel Menschen zeigt, die Schmuck und Tambourine, Trommeln benutzen, ist der Standard heute höher. Wir bereiten uns auf das Zusammenleben mit den himmlischen Engeln vor. Bildung Idealerweise sollte das Kind zu Hause von den eigenen Eltern erzogen werden. Dies schützt sie vor der ideologischen Agenda des Bösen und der Indoktrination sowie vor schlechten Gesellschaften, die den Charakter verderben. Bis zum Alter von acht Jahren für Mädchen und zehn Jahren für Jungen sollte in der Regel keine formale Bildung mit Büchern gegeben werden, da der Geist des Kindes dafür normalerweise noch nicht reif ist. Das Kind, das Dummheiten begeht, sollte mit der physischen Rute bestraft werden, ja, mit Gebet und sanftem Geist. Das Buch der Sprüche macht das ganz klar. Wenn das Vergehen geringfügig ist, können mildere Maßnahmen wie Ermahnungen oder der Entzug von Privilegien angewendet werden, aber der Schuldige darf niemals freigesprochen werden. Babylon scheint sich konsequent und international allmählich in Richtung einer Ablehnung von körperlichen Strafen zu bewegen. Immer mehr. Beziehungen Bis zum Alter von 20 Jahren ist ein junger Mensch nicht bereit für wichtige Entscheidungen wie die, mit wem er den Rest seines Lebens verbringen wird. Es sollte keine körperliche Intimität vor der Ehe geben. Frauen, schützt euch! Männer Gottes schätzen junge Frauen, die sich gut bedecken, nicht viel reden und die Annäherungen der Jungen wirklich abwehren. Der Herr toleriert keine affektive Vereinigung zwischen Personen gleichen Geschlechts oder andere Perversionen gegen die Natur und das Wort Gottes, was ein Gräuel ist. In Gesundheitsberufen, die Intimität betreffen, behandelt in der Regel Frau-Frau, Mann-Mann. Das Gleiche gilt für Familienberatung. Die Hure Babylon ist dreist und überschreitet die Grenze des Anstands zwischen einem Geschlecht und dem anderen. Deshalb erhielt er die göttliche Verurteilung und wird daher letztendlich die gebührende Belohnung erleiden müssen. Leben auf dem Land. Wir sollten in ländliche Gebiete ziehen, nicht mehr in der Stadt leben, sondern auf dem Land, wo wir auch weit weg von der Einmischung der Feinde sein können. Der erste Stadtbauer war Kain. Jesus schlief auch gerne in den Wäldern und lehrte in der Natur. Johannes der Täufer predigte in der Wüste. Ah, es ist auch wichtig, dass es weit weg von der Küste und vorzugsweise in einer Region liegt, die nicht anfällig für Überschwemmungen ist, sondern in den hohen Bergen mit Quellen idealerweise. Wir sollten danach streben, in der Ernährung autark zu sein, indem wir das anbauen, was wir essen. Die Städte können durch Besuche oder virtuell evangelisiert werden. Babylon wird als die wirklich große Stadt dargestellt und wir müssen aus ihr herauskommen müssen. Der Turm von Babel ist gefallen und die Türme werden auf die Köpfe derjenigen fallen, die dem göttlichen Ruf nicht folgen. Wettbewerb Wir betreiben keine wettbewerbsorientierten Sportarten wie Fußball und verschwenden keine Zeit mit nutzlosen Vergnügungen. Sie fördern Egoismus, Täuschung, Rivalität und Müßiggang. Der Körper braucht tatsächlich wirklich Bewegung und Aktivität. Wählen Sie eine nützliche Aktivität, wie zum Beispiel Gartenarbeit, Landwirtschaft, Wandern oder Laufen. Ich selbst bin Landwirt und am Ende des Tages bin ich müde, also dehne ich mich und schlafe gut. Wir müssen jede Dramatisierung, theatralische Inszenierung, sei es live oder gefilmt, ablehnen. Filme sollten nicht angesehen werden. Der Herr sagt, denkt an alles, was wirklich wahr ist. Die politischen Fragen sollten in unserer Mitte begraben werden. Rechts gegen links, welches Team, auf welcher Seite du stehst, all das sollten wir beiseite lassen. Die Weltlichen denken so und es ist ihre Unterhaltung. Unsere Heimat ist nicht hier. Wenn wir aufgefordert werden, jemanden zu wählen, sollten wir unsere bürgerliche Pflicht erfüllen, wenn dies in ihrem Land so ist, und an der Abstimmung teilnehmen, aber weiß oder ungültig wählen, da wir virtuell eine Vollmacht, eine Genehmigung für den gewählten Herrscher erteilen, und an seinen falschen Handlungen und den Strafen beteiligt sein werden. In der Tat sind tatsächlich wirklich rechts und links die beiden Füße eines und desselben Tyrannen. Die Industrie ist sehr viel mächtiger als die Regierungen, besonders die Wall Street und das Silicon Valley, sowie besonders mächtig. Kommen wir nun über Anbetung zu sprechen und welche die angemessene Haltung ist, um Gott zu verehren und zu beten. Wir sollten niederknien und die Hände zum Gebet erheben, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Gottesdienst. Das Alte Testament zeigt dies deutlich. Aber wir können auch während des Tages zu Gott beten, wie wir uns befinden, da wir uns nicht in einem formellen Gottesdienst befinden. Babylon lehrt, sich vor einem anderen Menschen zu verneigen und damit Gott zu missachten. Die Frau sollte keine Führungsrolle in der Kirche übernehmen, indem sie das Amt einer Ältesten, Pastorin oder Rabbinerin in der Kirche ausübt, was ausschließlich dem Mann vorbehalten ist und wir sehen keine Priesterin in der Bibel, nur Priester, nur männliche Apostel in der Bibel, nur Priester, nur männliche Apostel. Babylon wird Verwirrung zwischen den Geschlechtern stiften und fördert den Feminismus. Maleachi lehrt, dass wir den Zehnten von unserem gesamten Einkommen zurückgeben sollen, zehn Prozent für das Werk Gottes. Wir können in der Gemeinde spenden, für einen anderen Missionar oder um christliche Bücher zu kaufen, um die Botschaft zu verbreiten. Maleachi erwähnt auch die Bedeutung der Opfergaben. Weißt du, all das möchte Gott wirklich in mir wirken. Durch meine Kräfte, wie überqueren des Atlantischen Ozeans in einem Ruderboot, sondern lasst uns das Segel setzen, zu Gott beten, mir Motivation und Kraft geben, seinen Willen auszuführen. Christus sagt, sei treu bis in den Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Babylon ist gefallen, lasst uns in Richtung der himmlischen Heimat gehen. Im nächsten und letzten Video dieser Serie werde ich die sehr eindringlichste Warnung der Offenbarung darüber vorstellen, was der Antichrist im finalen Konflikt dieser Welt plant und wie man ihn erfolgreich besiegt und das Zeichen der endgültigen Befreiung auf unserer Stirn erhält. Wir werden mehr Wahrheiten sehen, die von der Unwissenheit des Irrtums befreien und dem Himmel näher bringen. Die Bibel sagt, der Herr wünscht, dass alle Menschen gerettet werden, zur vollen Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch freimachen. Jehova segne dich und behüte dich. Jehova lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jehova erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Besuchen Sie diese Seite, um die wirklich inspirierten und bewegenden Worte selbst zu lesen. Denn diese heiligen Schriften werden Sie weise zur Erlösung machen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, wird Yen Schriften Vielen Dank.